Wir können doch nicht unser armes Elum kochen. Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht, Freunde. Ich hab wirklich keine Ahnung. Hier nicht. Aber wir können zurückgehen, das ist seltsam. Slicks können den Abzug ziemlich lang gedrückt halten, aber früher oder später müssen sie... Ah, wir müssen hier nur die Kumpel retten. Okay. Slicks beißen die Hand, die sie füttern. Deshalb sollten sie sich die... Ah, die hören doch auf die Befehle. Hallo. Was soll ich aber vielleicht sagen? Boah, grüß. Rapture Farms, no hiring, haben wir bekommen. Go get'em. Go get'em. Okay, das tötet also... Menschen. Äh, gut anderes. Sorry, Kumpel. War's das? Ich hab's schon. Okay. Das dürfte es gewesen sein. Okay, wie kriegen wir jetzt da drei Apes her? Drei Monocons. Gibt's doch keine Monocons. Hallo? Nein, nicht Elum Chubs. Oh Mann. Das ist so schrecklich. Kochen-Ref. Oh. Okay. Das war nix. Oh nee. Mist. Ich hab's schon wieder nicht gekriegt, das riecht. Come on, boy, Herr Daxel. Alter! My egg, my egg! He's my quick say. Oh, Elum Chops. Wir haben das Elum. Wir will nicht gekocht werden. Aber ich glaub, die Elum Chops sind neu, ne? Die waren im ersten, am Anfang waren die noch nicht. Wahrscheinlich, dass wir nicht rausgefunden haben, was ein Elum ist, dass es überraschender war, dass wir so tolle Tierchen haben, auf denen wir reiten können. I don't know. Ich hab's nie erwischt. Ich hab's nie erwischt. Ich hab's nie erwischt. Wauw! Nicht kommen sehen! Überhaupt nicht kommen sehen, Freunde. Keine Chance. Muss da hoch. Jetzt sind sie gar nicht da, die Runde. Schaut mal, die kommen jetzt gar nicht raus diesmal. Yuyuyuyuyuyuyuy Oh! Wir haben keinen! Dings da! Hm. Okay, wir müssen also diese Dinger da vornellen. Wir haben doch jetzt eigentlich diese Super-Craft, wieso können wir die nicht nutzen? Hm, geht nix. Ach, wir haben auch Bomben. Hä? Hä? Das war eben? Ja, ja. Wir machen Fortschritte, nur da kommen immer mehr. Schade, hätte er klappen können. So funktioniert's, okay, aber da kommen trotzdem immer mehr auf. Das sah gut aus. Ach komm, ein scheiß Köter, das gibt's doch nicht. Ausgang! Boah, Bodenschrubben tut den Mudokons nicht gut. So, Freunde, noch eine Tür? Chant und der Drücker sind knallhart, aber nicht hart genug, um einer gut getimten Granate standzuhalten. Ah, ich renne hier erstmal. Schiat! Heute gibt's übrigens Spaghetti und Tomatesauce, wen's interessiert. Nein, ich muss endlich quicksafen. Okay, jetzt aber. Drüber, vorbei, vorbei, umdrehen und springen. Stehenbleiben, können wir mal knicken, glaube ich. Oh, ich hab springen vergesst. Eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Wow! Da ist ja auch noch einer. Sowas Gemeines. Also, springen. Bye-bye. Oh, nein! Also, das war eindeutig Blödheit. Sorry. Okay. Oh. Ein Mudokon ist tot, Freunde. Oh, ich hab sogar zwei. Mist. Mist. Zah. Zah. I can't whistle anyway. Gah! Oh! Gäh, wisst ihr? Okay, jetzt haben wir wieder die Fracht. Wir können alle sprengen, was uns tut. Okay. Da geht's nicht weiter, jetzt haben wir noch den Hebel hier. Da passiert nichts. Ah, doch, da passiert was. Irgendwo schnarcht noch ein Slick, hört ihr's? Hab ihn gefunden! Ja, nee, ist klar. Ja. Mist. Nee, okay, der Speichelpunkt ist mit über. Da hat sie wieder nicht gespeichert. Ja, jetzt mal raus, brav. Ja, nicht wahrn' ich. Ah, ja. Woh. Und nun. Woh. 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 Bist du ein, was ich, nicht. Ja,幾grit. Ja. Woh. Woh. Wuh. 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 Woh. Spannende Musik Nein, das wollte ich doch noch gar nicht. Wir haben sogar noch ein bisschen Gesundheit. Ich hab nicht gedacht nach der Aktion. Okay, deswegen hier ist es auch an. Nichts, wie zurück. Zurück zu Mutti. 9 auf 40 gerettete. Sehr schön. Je mehr Murukons du rettest, desto mehr Gelegenheiten wirst du haben wie Macht. Wir retten so viel wir können, Freunde. Doch viele Murukons sind noch in Gefahr. Du musst sie retten, es ist wahr. Jetzt hab ich das auch verstanden. Ich dachte immer, da steht ja Mitarbeiter so und so viele. Ich dachte, das ist unsere Mitarbeiternummer. Sorry. Ich hab das überhaupt nicht gepeilt. Deswegen sind auch so viele Murukons leider umgekommen. Wir haben nicht alle retten können. Zulag 3. Mehr Waffen zeigen ihre Waffen. Die Slickhorden voller Hass. Schwierig. Okay. Also hier bringt's mal gar nix. Doch, hier ist kein... Hm. Aber bis wir chanten, hat der uns erschossen. So was mal in der Richtung. Reise. Schau, der Hund schläft auch. Wir schlafen hier alle. Auf dem ist, sobald ich den Hebel verwende, hört der mich auf jeden Fall. Ich hab die Idee. Die Idee funktioniert. Mist. Das war nix. Den hätten wir gebraucht. Das war die Idee. Was hast du für? Die Idee. Die Idee. Sorry. Sorry. Okay, bin ich schon mal los. Ah, drüben ist das Ding aus. Genau. Ich wollte gerade sagen, bin gespannt, was passiert ist, aber ist eigentlich logisch. Unser Weg führt uns weiter nach. Zulack 5. Okay, hier haben wir wieder so eine Aufgabe. Mitarbeiter sind's noch 191. Murukon-Sklaven lernen, auf brutale Art Befehle zu befolgen. Wenn er ins Weg stehenbleiben ruft, tun sie's. Okay, dann müssen wir noch. Äh, what the fuck? Ah, das Ding hat aber ganz gut. Aber, ja. Help me! Help! What? I did not have come to work today. What? Abyss? Help! Mommy! Help! 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 Hey! Let's go! I hate this smell. Get him! Come here, boy! Wir müssen ihn dazu bringen, hier hinterzukommen. Genau. Hey, ihr! Ich hab das Ding vergessen! Oh Gott. Ähm, da müssen wir einfach einen neuen nehmen. Okay. Okay, nochmal. Das war jetzt mein Fehler. Wir hätten... Wir müssen nämlich einen Code sagen. Ohne Idee kommen wir nicht weiter. Alle drei dauer. shehehe Alle drei dauer. shehehe Hehehe Fai was dir nicht übernehmen? Hallo? Hallo? What's your problem? Deslip? Nein! Wann? Wann noch mal?